Ich kenn mich ja Bist du haben geschlacht das Gib mal her Ja, Rhino haben wir nicht bekommen, ich weiß Da ist ne Kanonenkugel drin Naja Leck Oh so, ist er noch hier? Oh ne Ah, scheiße Da war ja was, ne? Boah, leckt das grad bei mir wieder Na ja, es geht Ha, ha, ha Das ist auch gemein, solche Fässer Oh nein, stinke Käfis Ey, die Fässer kann ich wieder Aber die sind auch mies Klar sind die mies Miese Kackapu Leckt Ist er Mann Ja, ich merk's Boah, ey Wenn ich das wieder leckt Ohohoho Der folgte Failed Naja, ich hab auf Pause gedrückt Ey, warum kommt da jetzt so ein harter Leck hier rein? Ich hab keine Ahnung Der kann jetzt den Spide erstmal wieder nicht wechseln Dann dauert das wieder Jahre bist du Oh, ich save mal eben kurz Ist egal, wie viel Leben wir haben Mach mal Save einfach mal Super Ich hab auch wenig Leben Ich hab auch wenig Leben Ich hab auch wenig Leben Ah, das wird gut, Centosal Das wird gut Ja, kannst du haben Hallo Warum? Warum fing das an so zu lecken, ne? Ich weiß es nicht, ich glaub das heißt Wir müssen gleich eine Pause machen Ja, glaub ich auch Das ist doch das Spiel einfach nein leck mich am arsch das spiel das spiel sagt leck mich jetzt schaff ich das aber warum jetzt schaffe ich das das ist so gemein mit dem schwert ne ehrlich warum warum immer bei mir weiß ich nicht das ist gemein ja ab dich ich kann das erstmal lange nicht machen das wäre was gewesen ja das wäre was gewesen ja das wäre was gewesen ja mal überhaupt das wäre was gewesen das wäre was gewesen ja die feste sind aber auch nur ein little bit gemein ja vor allem wenn du versuchst zu drücken egal in welche richtung ob du jetzt nach links oder rechts richtung muss ich mir hindurch kann mein fässchen können wir gehen runter na ja jetzt wieder jetzt nicht online wolfgang halt stopp ja vielleicht hast du noch ein absolutes geschenk da wird zu einer scheiß biene ist das wieder ebenso ganz kurz wikitt 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 hallo hallo fast kannst du mal bitte wieder kommen glaub dass fast komm nicht wieder das ist richtige hass fässer ein stück zurück und stück wieder nach vorne und stück wieder zwischen ganz schmecken ich hab's aber noch mal ach ja muss sich fester selbst anstupsen ganze die richtung immer drehen ja aber nur wenn du dieses dreh ding hast ach egal einfach doch ab egal ich will einfach nur drei jetzt geschafft er hat es geschafft nein ich weiß nicht weiß nicht nein ich nicht komm fick dich nimm die kugel die haken die so weit unten hängen so scheiße auch wetten wetten trifft mich wieder ich hab's geschafft die haken sind dauerhaft da ne ja schön warum rennt sie mit hinterher das ist das spiel das ist das dunkle flash mhm warte ab es müsste es müsste das nervige level sein jetzt kommt diese komische leuchtfisch da es ist nervig ja weiß brauchst du mir nicht zu sagen oh ich will mit der flunder schwimmen das war knapp eben diese nervigen blitze ne aber du siehst trotzdem was ja ohne wär besser was soll halt ablenken das ist das problem das ist extra so gemacht halt ja das hast du extra gemacht ich bin zum irritieren verprisieren fupitieren futzen pupsen wupsen zwanzig zwanzig gl largo grad so ein bisschen bei mir grad so ein bisschen extrem was ist hier was was ist hier was hallo w confendies ja bitte saf okay angst gehabt guard wo Oho, wie schade. Nicht. Oh, da kam ne Flunder. Da kommt ein schnapp wie ne Flunder. Da kommt ein schnapp wie ne Flunder. Muss ich da lang? Da muss ich hoch. Oh, keine Ahnung. Oh, da ist das Hefe. Guck mal, den hat er gekriegt. Jetzt kann doch mal wieder ein Affe kommen. Wow, da hat er jetzt wieder ein Affen. Da kommt Starmie. Ist er ein Stern, du? Und da kommt Platzifisch. Stern du. Schnappi. Schnappi, das kleine Krokodil. Plups. Boom. Boom. Schnappi, hallo. Oh, ich hör was. Hallo. Schaffte er das Level? Ja? Oder schaffte er das nicht? Das ist hier die Frage. Die kleine Krokodil. Stern du Attacke. Stern du mach mich blind Attacke, ist das hier. Boah der Typ. Der Anglerfisch nervt. und da kam ne... ich wollte grad sagen da kommt ne qualle aber das ist ne flunder seinen freunden und die kugel fischt der platz für freude es ist wirklich nicht nervig mit dem licht findest du? dann kann ich ja weiter nerven ne? ja das licht ist nerviger gerade puf ich hab bloß getroffen na du kommst mit oder was? ich glaub er schafft das ich bin jetzt oben ja ich weiß hallo man und der ist halt abgestochen schade ah wenigstens leben wieder und da hat den schass irgendwie geschafft und jetzt fängt das wieder an zu lenken aber damit würde ich sagen bis zum nächsten mal bei Donkey Kong Country 2 Diddy's Kong Quest tschüss tschau 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 tschau